Applaus Ja, schönen Dank, lieber Jochum. Ich möchte auch alle erstmal ganz, ganz herzlich wieder zu unserem zweiten Show Fantasy on Ice begrüßen. Vor allem, vor allem, unsere Lieben, Muttis, Vatis, Großeltern, Kumpels, Freude und Bekannte und Verwandte. Ja, wir haben uns wieder ganz viel Mühe gegeben, um sie zu unterhalten. Und ich will jetzt auch gar nicht mehr darüber reden, denn die Kinder, die wollen aufs Kreis. Deswegen sage ich sie schon, sie wollen. Und wir beginnen mit einem Montag, Ocean on Ice. Und zwar die gesamte Einzelgruppe des ESC Wiedemannsgorpions wird sie versuchen, in die Tiefen des Eres zu ziehen. Vielen Spaß mit dem Ocean on Ice. Applaus 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 Amen. 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 Unsere Jörnerin ist gerade mal fünf Jahre alt. Vielen, vielen Dank. So, jetzt kann ich schon die ersten Gäste ankündigen. Und zwar ein junges Paar aus Nordrhein-Westfalen ist zu Gast. Ein Eistranspaar. Beide haben ihre Großeltern und Eltern aus der Region, die Familie Aumann, die seit vielen, vielen Jahren schon als Kunstlaufer verbunden sind. Sie sind dieses Jahr sechste beim Deutschlandkampf geworden und bei der Landesmeisterschaft in Nordrhein-Westfalen haben sie den zweiten Platz beliebt. Begrüßen Sie ganz herzlich Hannah und Hans-Jeder. Liebe Geschwister auch noch. Vielen Dank. Applaus ...